Hallo, ich habe einen Film über meine Schule, die Kaisernaguster Schule in Köln gedreht. Hier seht ihr den Schulhof und das Außengebäude. Untertitelung des ZDF, 2020 So sieht es von innen aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte schreibt doch noch ein nettes Kommentar drunter, wenn es dir gefallen hat. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.